Weder mal ist das die absolute Spitze unseres Springsports. Weder mal verkörpern die Pferde, aber auch die Reiter, dass man das Gefühl hat, besser geht's nicht mehr. Und sie hat es jetzt noch einmal in der Hand, nachdem Markus ideal vorgelegt hat mit den 38 Sekunden. Das heißt, sie muss nachlegen, das heißt, sie muss auf jeden Fall alles riskieren. Sie muss der Stute, wie so häufig, der Stute wird vorfahren Flügel verleihen. So viel riskieren darüber hinaus, aber auch denn schnell ist ein Fehler passiert. Gefühlt mit 28 Sekunden braucht sie jetzt noch zwei Hindernisse, die es zu überwinden gilt. Und von der Zeit ist es jetzt schon ersichtlich, dass sie zwar fehlerfrei im Ziel angekommen ist mit 40,9,6 Sekunden und ein Top-Ergebnis erzielt hat, nämlich hier einen Platz Nr. 2. Aber die Freude ist bei uns riesengroß über den Sieg von Markus Enink, der hier den großen Preis hier holt. Markus Enink und Präterthou krönen sich in Aachen. Der König, der Springreiter, setzt sich hier in Aachen die Krone auf. Das ist Begeisterung, meine Damen und Herren. Wir durften dabei sein. Wir durften dabei sein, fast eine ganze Woche lang, als sich die Besten der Besten, die besten Springreiter der Welt hier beim besten Turnier der Welt gemessen haben. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht, meine Damen und Herren. Ich hoffe, es hat Ihnen so viel Freude bereitet, wie es uns Freude bereitet hat, hier Ihnen diese